Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge 10 Arten von Turmspringern. Servus Leute, Kehrs Freakies! I'm back und ich darf euch heute wieder mal ganz gechillt begrüßen, ja hier auf dem Turm, man sieht hier, ja. Und zwar Leute, heute gibt es das langersehnte Video und zwar 10 Arten von Turmspringern. Viel Spaß! Der harte mit dem weichen Kirn. Gib mal weg, du sparsst, du kannst gar nichts, Alter. Ich schwöre, ich bin der beste, Alter. Du bist eine Null. Ich bin hier, der King, du Opfer. Der Typ mit der GoPro. Der Angsthase. Komm, Digga, lass mal Turmspringen, aber Digga, es ist das erste Mal, dass ich vom Turm springe. Ernsthaft? Ja klar, du bist doch nie vom Turm gesprungen, Junge. Nee, wie denn auch? Digga, du bist cool, der Junge. Du müsstest schon von 30 Meter gesprungen sein, Alter. Naja, nicht alle, hey. Was ist los mit dir? Ist das jetzt dein fucking Ernst, Junge? Nee, da habe ich keinen Bock drauf, Alter. Der Ausländer. Ey, Leute, wo sind hier die Bitches? Hä? Digga, mach, hier ist das jetzt gerade dein fucking Ernst? Wir sind hier am Sprungturm, hier gibt es keine Bitches, Alter. Bist du behindert? Euer Ernst? Keine, keine Bitches hier? Nee, Mann, nee. Der, der immer untertreibt. Ey, yo, Jungs, kann ich kurz runterspringen? Ich mache auch nur den Steher. Klar. Bist du kurz? Kannst dir gerne vorher, also ich habe gut Zeit eigentlich. Kein Problem, Digga. Kannst du gerne springen. So, ja, kannst du gerne springen, Digga. Zeig mal, was du drauf hast. Wo kommt denn jetzt die GoPro her, Digga? Ja, ich spring nur kurz runter. Okay. Oh, shit. Ey, hau ab, Junge. Der mit dem KS-Shirt. Wie, ihr habt kein Fresher-Than-You-Shirt? Dann darf ich als erster springen. Geht's weg? Fresher-Than-You. Oh, look. Ich glaube, ich krieg mir auch ein Fresher-Than-You-Shirt. Der, der zum ersten Mal vom Zehner springt. So, Leute, jetzt ohne Scheiß, die nächste Aufnahme ist einfach True Story. Und zwar ist Mahir noch nie vom Zehner gesprungen. Das heißt, der, der zum ersten Mal vom Zehner springt. Ohne Scheiß, ich scheiß mir in die Hosen, Leute. Es sieht jetzt noch höher aus, weil es noch ganz früh ist, Leute. Sieht aus wie 25 fucking Meter, Alter. Wie fühlst du dich kurz davor? Ey, ich schwöre, mein Herz kocht so brutal. Spring einfach, Digga. Du darfst nicht überlegen. Spring einfach. Erkennt ihr das, wenn euch kurz so die Luft wegbleibt, obwohl ihr nichts gemacht habt? Ey, ich schwöre, ich mach's nur für euch. Ey, ach du Scheiße. Einfach spring, Digga. Wirklich? Ja, mach's. Komm bei 0, okay? 3, 2, 1, 0. Der, ich springe jetzt. Jungs, ich springe jetzt, okay? Jungs, ich springe jetzt. Jungs, ich springe bei 3, okay? Bei 3 springe. 1. Jungs, ich springe bei 10, okay? 9. Jungs, was macht ihr da unten? Der Spritzer. It was at this moment, when KSFG knew, that he fucked up. Martin. So, Leute, ja, immer ganz gechillt bleiben. Ich hoffe, euch hat dieses 10 Artenvideo gefallen. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute haben gefragt, KS, wann kommt dieses 10 Artenvideo? Ich hoffe, wir schaffen diese, komm, wir hauen jetzt mal einen drauf, 50k Likes. Das letzte Turmspringvideo hatte auch um die 50.000 Likes. Komm, Leute, wir schaffen das für das 10 Artenvideo. Das hat richtig Bock zum Aufnehmen. Schaut auf jeden Fall bei Krapi vorbei, der hat auch ein Video hochgeladen. Und zwar ist ein 100k Special hier auf dem Turm. Schaut da vorbei. Ich bin auf jeden Fall raus. Bewerten kann man nicht vergessen. Schäusch. Schäusch.